Die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern starten in die Sommerferien. Auch die Abiturienten haben ihre Zeugnisse in der Tasche und freuen sich jetzt auf einen neuen Lebensabschnitt. Bei der Ecolea Internationale Schule Rostock ist die Freude besonders groß, denn die 61 Abiturienten des Gymnasiums in freier Trägerschaft haben einen Notendurchschnitt von 2,07 erzielt. 14 Absolventen haben ihr Abitur mit sehr gut bestanden. Und viele von ihnen wissen schon ganz genau, wie es weitergehen soll. Ich werde jetzt erstmal den Sommer überarbeiten und dann möchte ich gerne im Herbst mit meinem Freund nach Australien fliegen und dann wollen wir mindestens zehn Monate lang Work-and-Travel dort machen. Ich will jetzt studieren an der Universität Rostock hier Biomedizinische Technik. Ich hoffe, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen, aber wenn nicht, dann mache ich nochmal einen Weg. So wie es aussieht, noch ein Jahr Pause, ein bisschen Arbeiten, Reisen und danach Maschinenbau in Rostock. Ich würde gerne hierbleiben. Zensuren seien aber nicht das Wichtigste, betonte der Geschäftsführer der Seminar-Center-Gruppe, Dr. Sven Olsen, bei der feierlichen Zeugnisübergabe im Barocksaal am 30. Juni. In erster Linie gehe es bei der Ecolea darum, mündige Weltbürger aus der Schule zu entlassen, die in der Lage seien, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es gehört dazu, dass sie eine Medienkompetenz haben, dass sie eine Lebenskompetenz haben und dass sie sicher sich in der Welt bewegen können. Unsere Schüler haben und noch etwas weiteres. Sie sind nämlich interkulturell gebildet. Aufgrund der hohen Sprachkompetenz, die sie im Rahmen ihrer Schulausbildung erwerben, können sie sich im globalen Maßstab bewegen. Und das schafft Sicherheit. Uns ist wichtig, dass das soziale Miteinander gefördert wird. Toleranz und Internationalität werden bei uns groß geschrieben. Und so entlassen wir unsere Schüler auch wohlwissend, dass sie Konfliktsituationen gut bewältigen können und vor allen Dingen teamfähig sind. Ecolea steht für eine ganzheitliche Bildung, bei der das respektvolle Miteinander und das Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft gefördert werden soll. Weitere Standorte der Ecolea Internationale Schule gibt es in Schwerin und Güstrow.